Endlich wieder Tag. Wie immer runterschauen zu... Hallo? Doktor Hühnchen. Und Doktor Hühnchen, du hast einen Sohn bekommen. Oder eine Tochter. Mal nachsehen, nein. Okay, schauen wir mal in den Briefkasten. Oh, ich habe zwei Bücher bekommen. Ja, Leute, willkommen zurück zu Minecraft Oldfinger. Wir haben zwei Bücher sogar bekommen. Und das eine heißt sogar Guten Tag, okay. Okay, wir lesen mal Lassia als erster. Wenn Sie meinen Anweisungen nicht folgen, muss ich sofort handeln. Ich gebe Ihnen noch eine Chance. Löschen Sie diese eine Aufnahme oder Ihnen wird Schlimmes widerfahren. Und lassen Sie God Eis und Getoxi aus dieser Sache raus. Lass es eine Sache unter uns zwei an. Ist das nicht groß geschrieben? Ich weiß nicht. Gezeichnete Graue Bräuer. Und wieder 15 Cent Metern. Schon wieder so ein komischer Code. Ich verstehe das nicht. Das waren die anderen drei Bücher. Ach stimmt, hier habe ich noch einen Brief bekommen. Hallo, dieser Brief geht an alle Bewohner dieser Stadt. In einem Leben geschehen viele Dinge. Menschen kommen und gehen. Gegen. Hier geht. Gehört wahrscheinlich gehen hin. Gehen. Doch man weiß nie genau, wer kommt und wer geht. Nur eine Sache kommt gewiss. Der Tod. Halte dich bereit. Gezeichnet Skrottus. So. Dann unser anderer Brief. Den lege ich mal hier unten hin. Ist das jetzt hier der, oder? Das wäre der... Ja, ja. Verdächtige. Das lege ich hier hin. Und hier das Guten Tag Buch. Sie sind hier nicht sicher. Niemand hier ist sicher. N33, okay. Das lege ich mal hier hin. Ist auf jeden Fall komisch. Wir können ins Bett gehen, aber... sollen wir gerade nicht. Okay. Würde mal sagen wir schon gleich mal ein wenig raus. Hier ist eine Kuh. Alter, wir fangen richtig viele Tiere mit in unserem... Fällt hier. Da bei... Okay, ich kann es bei beide verstehen. Da ist die Kuh wieder angelockt wegen dem Weizen. Und der Hase wegen den Karotten. Tja. Keiner baut halt so gut an wie ich. So. Was ich auch gleich noch mal sagen kann. Ich habe in Sky auch auf jeden Fall sehr viel gemacht. Und da wird wahrscheinlich auch noch entweder heute oder ist sogar schon ein Video online gekommen. Ich glaube aber... Es kommt heute wahrscheinlich noch ein Sky-Video oder morgen. Können wir auch schon mal gespannt drauf sein. Alter. Ich habe auf jeden Fall auch die Partikel ausgeschaltet. Ich habe auf jeden Fall auch die Partikel aus. Ich habe auf gut Deutsch. Habe ich die was? Ich glaube schon. Ich sehe die Besseraus. Naja. Ich kann jetzt nicht sagen Besseraus. Für die FPS, Leute. So. Ich würde mal sagen, wir gehen... Das kann doch nicht wahr sein, dass immer wenn ich weggehen will, irgendein Vieh da ist. Und wenn ihr heute oder morgen dann das Sky-Video seht, es wird wahrscheinlich nach dem Video schon wieder sehr viel passiert sein. Also wird bis zum nächsten Video dann sich wieder viel geändert haben. So. Ich würde mal sagen, wir gehen ein wenig herum. Ich könnte mal... Ich nehme mal den Brief mit und... Ich weiß, ich soll es dort erst nicht zeigen, aber... Ich werde den Brief mal mitnehmen. Den anderen auch am besten. So. Ich schreibe mal wieder mit meinem Hightech-Schwert. Haben Sie gerade Zeit? So. Ich werde mal schauen, vielleicht hole ich mir auch den nächsten Parts mal jemanden dazu. Im Projekt so ein wenig. Und ja... Wo wohnt denn der eigentlich nochmal? Ich glaube hier drüben, ne? Ja. 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 ich glaube ich bücher knopf hochhilfe hilfgüter wenn ich sagen sachen ein packen aufstein ist auch dabei ich glaube es gab eine bürgermeisterwahl aber ich glaube ich auch verpasst ja was gibt es ich habe zwei neue bücher bekommen im einem, nein im einen, im einem, egal steht dass ich ich habe mich gerade voll erschrocken vor dem endermen wo ist denn da? Gottes hallo es ist Grüß dich. Hallo. Hallo, da ist er. Darf ich die Bücher mal sehen? Ja. Sehen die mal auf dem Server, kann ich einfach schreiben. So lecker. Kennt ihr Michael Jackson? Vor allem ist er Michael Jackson. Ich mag seine Lieder. German Tech ist gerade da drinnen. Wir sind die XP halt. Und meine Häschen. Grace. Grace. Steckt in der. Da ist er. Come on. Okay. Ich glaube, ich brauche mal wieder neue Bücher. Ich meine neue... Dingsi Bumsis. So. Zack. Okay. Ich sage also wirklich... Kisten... sind jetzt schon ein Problem, mein kleines. So. Schauen wir mal hier unten. Niedersetzen so. Es ist blöd, dass ich das aus so viel Stufe gebaut habe eigentlich. Ich kann mich ja glaube ich... Hier kann ich mich ja hinsetzen. Das ist toll. Es ist... Du kannst mich nur den Geruch vom Lieden, aber ich kann nicht. Und es ist glöd. Ich bin so gut. Oh, das ist lecker. Ich bin so gut. Oh, ich bin so gut. Okay, er ist mit irgendetwas fertig. Okay, ja Leute, das war's an sich wieder mit dem kleinen Video. Ich wollte euch einfach mal ein wenig einen Abdeck geben von der Situation, weil ihr habt gesehen, ich hab schon wieder zwei Bücher bekommen und es wird unheimlich, also, hm, guter auf und gehen sie nicht auf alles ein, ja, okay, guter, bis zum nächsten Mal und ciao.